Boah, ist das langweilig hier in der Bar. Keiner da. Alle weg. Muss ich mein Sintuhol alleine trinken? Na toll. Ich würde jetzt am liebsten noch jemanden hier haben, mit dem man reden kann. Hallo? Hallo? Wow! Jack! Max! Was machst du denn? Bibi, schick mir wieder zurück, Mann! Free Cloud! Was machst du denn hier? 17 zu 4! Ich wollte am Replikat... Ich wollte Bier. Was machst du jetzt hier? Wenigstens ist Spätzi mitgekommen. Na super. Ich glaube, wir sollten hier mal die Mannschaft durchjagen, die unsere Replikatoren und auch dementsprechend die ganzen Systeme hier wieder erwartet. Wieso drücke ich hier auf einen Replikator drauf und du wirst hier hochgebeamt? Ich denke, du hast Landurlaub. Free Cloud, Mann. Ja, wie lief's? Super. Gerade Blackjack. Ja, toll. Na super. Ganz toll. Das war übrigens die gesamte Rentenkasse der gesamten Crew. Okay. Okay. Ich beam dich nachher wieder runter und du siehst zu, dass du die ganze Kohle wieder ranholst hier. Das kannst du machen. Gold gepresstes Latinum. Du verstehst, was ich meine? An Bord der Raumstation Endless Sites. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson Horts. Max, wie geht's dir? Ach, hervorragend. Ich hab meinen Spezi. Es ist leider noch nicht Freitag, aber es waren zwei sehr gute Freitage davor. Ja, wir unterhalten uns ja mal beide wieder über Star Trek PK und wir haben letzte Woche eine Folge ausgelassen aufgrund von Mangels Zeit. Nicht meinerseits? Ja, meinerseits. Das tut mir total sorry und immer noch. Ja. Ja, es ist kacke. Ich find sowas immer doof. Aber wir unterhalten uns über Folge 6 und 7 von Star Trek PK. Und das Ganze wird heute dann dementsprechend vielleicht ein bisschen länger dauern als eine halbe Stunde. Also, ja, ich sag mal herzlich willkommen bei den Dyson Horts zu eurem Podcast zu Star Trek PK. Hallo. Hallo. Max, die geheimnisvolle Box war die sechste Episode, ist dann ausgestrahlt worden am 27. und 28. Februar irgendwie so. Ähm, ja, das war ein Brett, würd ich mal so sagen. Ich muss sagen, also sie war gut, aber, aber, ich fand im Vergleich zur fünften Folge, äh, fünften Folge, genau, nachgelassen. Ja. Also, von, nach dem Hammer von der fünften hat die sechste, wahrscheinlich war es aber auch echt gut beabsichtigt, weil die sechste hat echt nochmal, ähm, hat nochmal Tempo rausgenommen. Also, nehmt, gibt einem wieder Luft zum Atmen. Aber ich bin so beschleunigt worden in der fünften, dass ich in der sechsten ein bisschen arg abgebremst wurde. Ich verstehe, was du meinst. Ich, äh, verstehe, was du meinst. Und, äh, ja, wir sind wieder auf dem Bockhubus. Auf dem Achtefakt sind wir wieder unterwegs. Doch diesmal, muss ich sagen, hat das... Und zwar eigentlich die ganze Folge lang. Ja, die ganze Folge, aber diesmal wirklich mit, ähm, ja. Mehr Tiefgang. Mit System, kann man das so sagen? Ja, mehr Tiefgang, mehr System, mehr, mehr, mehr Fleisch zu der Episode sozusagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ähm, fangen wir mal an. Also, Soji sitzt da und hat immer wieder den gleichen Traum. Also, ähm, sie kommt, ähm, ja, macht die Tür auf und findet ihren Vater, den sie aber nicht richtig sehen kann und, ähm, hat immer Angst davor, wenn ihr Vater sie gerade gefunden hat, dann plötzlich wacht sie auf. Ja, der Traum endet immer abrupt. Es ist eher, es ist so eine, so eine Kindheitserinnerung. Also, eigentlich ist es ja nicht so ein richtiger Traum. Es ist ja wirklich so diese, es spielt sich eine Erinnerung von ihr ab. Mhm. Wie sie aufwacht in der Nacht, ähm, Gewittersturm, in das, äh, Labor von ihrem Vater geht überall Blumen und sie geht gerade um die Ecke und gerade als sie sozusagen sieht, woran ihr Vater gearbeitet hat, merkt ihr Vater, dass sie da ist, ruft ihren Namen und Ende. Und zack, wacht sie auf, ne? Genau. Mhm. Und das merkt halt auch Narek. Und Narek, der, der frägt nicht nach, oh, Wochenalbtraum oder so, der hat ein System dahinter, warum der frägt. Ja, Arsch, ne? Also, jetzt mal, jetzt mal. Voll der, voll der Grattler. Ja, und vor allen Dingen, er, äh, fragt sie ja auch sehr, sehr suggestiv, ähm, oder er drängt sie ja auch schon fast in diese, in diese Ecken hin, dass sie eigentlich, äh, äh, an sich selbst total am Zweifeln ist. Voll. Ich mein, das hat ja schon angefangen in der vierten Episode, wo sie ja da Eislaufen waren oder was auch immer das war auf dem Borkobus. Ähm, auf öligen Socken den Borkobus entlang geschlittert. Genau, da hat sie ja schon angefangen mit diesen Puschen. Mhm. Ähm. Ähm, und das war ja dann schon, also er drängt sie immer mehr, aber er ist, er ist ein Hund, wie man Bayern sagt, der Hund ist er schon. Also, der macht es schugschickt, teilweise. Also, manchmal ist er ein bisschen zu krass, da blockt sie ja auch immer sofort wieder ab, aber jetzt gerade in der sechsten Folge, da war er, also gar nicht schön hinterlistig. Ja, und vor allen Dingen, äh, gibt er hier auch so eine, so einen Hinweis, dass man eventuell diesen Traum ja auch deuten könnte, mithilfe dieses, ähm, ja, diese Art Meditation, was die Romulaner da tun. Genau, wie hieß das nochmal? Das ist irgend so eine ganz spezielle Art. Oh, jetzt fragst du mich. Von, ähm, von, von, von Meditation, dass er anscheinend nur, äh, ähm, nur Romulanern erlaubt ist. Ja. Eigentlich. Ja. Also, wie das in Ritual jetzt heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ähm, ich weiß wohl, dass, dass, dass die beiden später halt beobachtet werden von, äh, von der komischen Schwester da, von, äh, Narek. Hm. Wie sagten die Jungs heute im, äh, als ich den Podcast gehört habe von, äh, ähm, Discovery, ähm, Lage zur Föderation, die sagten, ein incestuöses, äh, äh, Ding. Ja, das ist ganz, wie gesagt, das hatten wir ja, ich glaub, vor zwei Folgen schon mal gesagt, irgendwie diese Beziehung zwischen den beiden, mhm, okay. Ja, ja, das ist das. Das ist ein bisschen sehr intim. Ja, das möchte man eigentlich gar nicht weiterverfolgen, so nach dem Motto, das ist, äh, brr, gruselig. Ja. Aber dieses hier, dieses Mal ging's eigentlich zwischen den beiden, muss ich sagen. Ja, irgendwie schon, ja. Ja. Ähm, ja. Wobei ich mich immer noch frage, woher hat die wieder ihre spitzen Ohren? Ich hab keine Ahnung. Das ist echt immer noch so ein Ding, das verfolgt mich. Mit ihren spitzen Ohren, ja, okay. Ja, wo hat sie die wieder her? Am Anfang, wir haben sie ja gesehen mit runden Ohren und jetzt plötzlich hat sie wieder spitze Ohren. Das ist aber, ähm, durchaus in Star Trek üblich und auch zwischendurch in den Folgen mal gewesen von TNG oder, oder Voyager oder so, dass man Leute quasi, ähm, operativ, äh, überarbeitet hat. Okay, also so krasse Chirurgie gibt es. Äh, definitiv. Also die können teilweise, äh, ja. Dann ist meine Neugierde ehrlich gesagt befriedigt, dann passt es. Okay, alles klar. Also es ist dann für dich alles safe? Das ist safe, das ist logisch, passt schon, hat man halt wegoperiert, hat man, ich versteh zwar immer noch nicht, warum der Geheimdienst des Starfleet fliegt nicht mal sowas wie einen, äh, DNA-Abstrich gemacht hat oder so, aber. Ja, für was denn auch? Läuft. Ja, keine Ahnung, ja, das ist ein Geheimdienst. Ja, so wie Ruffy das gesagt hat, äh, irgendwann mal in einer Folge von wegen so, wir haben noch nicht mal den Basic-Scan bei ihr, äh, Dr. Jurati gemacht, ne? Stimmt, richtig. Ja. Was man ja dann auch sieht, äh, dann halt, äh, in Folge, äh, ich glaub sieben ist es dann nachher. Ja, genau, in Folge sieben kommt es erst, genau. Ja, aber da reden wir nachher mal drüber. Ja, genau, ja, in Folge sechs ist es ja dann auch, ähm, es ist ja nicht nur, also, zwar spielt ja alles auf dem Kubus, aber es ist ja nicht nur, äh, Sochi und Narek, sondern, äh, Picard ist natürlich auch mit dabei. Endlich mal wieder. Und, äh, ähm, was ich ja auch krass fand, er war so, oh, wir fliegen jetzt auf diesen Ockubus zu, was, wie ist der Plan? Ähm, ja. Raffi? Was, was, was haben wir für einen Plan? Wir haben keinen Plan, genau, richtig. Und Raffi fängt dann an, ihre, ähm, ihre, ja, wie soll ich sagen? Ihre Kontakte zu. Beziehungen. Kontakt und Beziehungen zu pflegen, ähm, und hat dann jemanden von der Sternenflotte dran, die ihr einen, äh, versucht, einen Gefallen zu tun und die Dame dann am anderen dann sagt er einfach nur, ruf mich nie wieder an. Das war, das fand ich echt übel. Ich fand, das hat die Schauspielerin super gemacht. Wie ihr Gesicht einfach zusammenbricht. Ja, das konntest du wirklich sehen. Weißt du, ich mach, ich tu dir den Gefallen und dann in aller Freundschaft ruf mich nie wieder an. Und es ist richtig, wie ihr einfach alles zerbricht. Ja, und vor allem hat sie dann wirklich, äh, von ihren, ich weiß nicht wie viel Mikado-Stäbchen hat sie wirklich eins davon kaputt gemacht. Und, äh, muss das dann halt leider wegschmeißen. Äh, und ich weiß nicht, wie viele Mikado-Stäbchen sie noch hat. Ja. Aber, ich mein, das, das ist es ja eben so, sie, vor allem sie tut ja den Gefallen nicht mal unbedingt, sie fordert den Gefallen ja nicht für sich selber ein, sondern im Prinzip ja für Picard. Und sie hat eigentlich so, eigentlich hat sie ja gar keinen Bock, Picard irgendeinen Gefallen zu tun. Aber sie tut es aus der Pflicht heraus so ein bisschen. Und aus Freundschaft natürlich auch. Aber, sie zerbricht immer weiter. Ich mein, sie war ja schon von Anfang an Wrack. Ja, das stimmt. Von dem Moment, wo er sie in ihrem Trader besucht hat, bis jetzt, bis Folge sieben. Oi, 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 oi. Ja, ist schwierig. Stabil ist die Dame nicht. Nee, stabil ist, äh, Jurati aber auch nicht, ne. Ich sag mal, sie eröffnet dann ja Picard, ähm, dass Maddox halt an seiner, äh, Verletzung, die er auf Freecloud bekommen hat, dann halt gestorben ist. Und was ich, also ich fand, Picard hat das ein bisschen so, ach ja. Ja, genau, der hat das viel zu, viel zu, jaja, okay. Das passt schon, so nach dem Motto. Und was, wie hat er das viel zu, keine Gegenwehr geleistet. Und einfach, ja, unser einziger Hinweis und Kontakt ist tot, ja. Vor allem erklär mir mal, dass, äh, das MHN ist ja auch dann angegangen, wieso, ähm. Ja, genau, warum hat er es nicht gesehen, was da passiert ist, ne? Ja. Also, oder nicht analysieren können, dass er irgendwas gespritzt bekommen hat. Ja, genau, das ist so eine Frage, die hab ich mir nämlich auch gestellt. Das ist normalerweise doch eigentlich so, dass das MHN, ähm, sowohl diese ganzen Medikamente und so weiter und so fort und was da im Biobett passiert ist, doch eigentlich nachvollziehen müsste. Theoretisch schon, denke ich.